Ja, liebe Freunde von BesserWissen, bald ist es wieder soweit. Am 3. Dezember erscheint die nächste Ausgabe von BesserWissen, unserem Sporthalk. Dieses Mal nicht in der Maruba, sondern im Spiegelschlüssel auf dem Lutzenberg. Unser Weihnachts-Special, Thema Waldhof-Ikonen. Gäste werden sein Martin Willig, Waldhof-Historiker und Autor des Buches 111 Gründe, den SV Waldhof zu lieben. Und Fritz Hoffmann, Wirt des Spiegelschlüssels, der Kultkneipe des SV Waldhof. Und im zweiten Teil dann Hans-Jürgen Pohl, Schiedsrichterobmann, früherer Chef der Stadionssicherheit und Carla Spagerer. Darüber muss ich nicht viel sagen. Beide werden aus der Vergangenheit des SV Waldhof einige Anekdoten uns erzählen. Es wird mit Sicherheit ein interessanter Abend. Wir freuen uns auf euch. Wie gesagt, am 3. Dezember, Beginn wie immer 19.45 Uhr im Spiegelschlüssel auf dem Lutzenberg. Am 100.45 Uhr im Spiegelschlüssel auf dem Lutzenberg. Am 100.45 Uhr im Spiegelschlüssel zuhören. Am 400.45 Uhr im Spiegelschlüssel auf dem Lutzenberg.